holen wir das weshalb wir hier sind und dann zurück zu danken ich bin bereit wir müssen die dokumente und das blut der dunklen brut finden das könnte spannend werden gewiss und los geht's das sollte kein problem sein das sollte kein problem sein ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ist er... graue Wächter? Hm, er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Wenn ihr mir nur einen Verband anlegen könntet, schaffe ich es allein zurück. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Ich... ich muss hier weg! Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig, und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Das ist... wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr es, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa... beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Ich bin ein paar Minuten. Was ist das? Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Dankets neuer grauer Wächter, nehme ich an. Nach eurem Treffen konnte seine Majestät seine Aufregung euretwegen nicht verbergen. Wie hätte ich nicht von euch hören können? Kaylins Faszination für die grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Ja. Ja. Ich hätte allerdings gedacht, dass man mehr als eine Legende braucht, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber das ist eine Diskussion, die ich hier nicht wiederholen werde. Ihr kommt mir bekannt vor. Habe ich euch auf dem Lanting gesehen? Der König hat mir von seinem Versprechen berichtet. Ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird, es zu erfüllen. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Ihr seid auf Ruhm aus, was? Warum auch nicht? Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Dann betet trotzdem. 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 Für Ihren Blut! Wird erledigt. Absolut! 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 Das war's für heute. Diese Blume, weiß und in der Mitte rot, der Hundepfleger in Ostagar hat nach so einer gefragt. Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind, nachdem sie die dunkle Brut gebissen haben. Auf jeden Fall hat er jedem eine Belohnung versprochen, der in die Wildnis geht und ihm eine bringt. Ich will nur, dass du darüber nachdenkst. Das ist alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind. Ich kann nicht beschwören, dass die Blume meinen armen Hunden helfen wird, aber einen Versuch wäre es wert. Ich habe, mal sehen, 20 Silber, die ich euch als Belohnung anbieten könnte. Dann vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht verlieren wir doch nicht so viele Hunde, wie ich befürchtet hatte. Den infizierten Hunden scheint es im Moment deutlich besser zu gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Vielen Dank für's Zuschauen. 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 Vielen Dank. Zuschauen. Das ist ganz schön viel Blut. Wie ihr wünscht. 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 Das werde ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Absolut! Wird erledigt. Natürlich! Natürlich! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind absolut großartig! Wird erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020